Ja, servus Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Retro & Future, bei dem Kanal, wo es um Elektromobilität und erneuerbare Energien geht. Es ist Montagmorgen und Leute, heute Morgen muss es schnell gehen. Und zwar habe ich die Info bekommen, dass Elli die Ladepreise anpassen möchte. Zum einen habe ich das in Foren gelesen und ich habe es eben auch bei Nextmove gesehen. Der kommt immer Freitag, so ein Newsflash raus von denen mit allen möglichen Nachrichten über Elektromobilität und die haben es eben auch erwähnt. Was mich wundert, der Kollege von Nextmove hat eine Mail bekommen mit einer Information zur Preiserhöhung. Ich habe die nicht bekommen, ich habe ja auch einen Elli Vertrag. Das hat mich schon ein bisschen gewundert, aber okay, vielleicht kommt das Ganze noch. Was genau passiert und wann, das sage ich euch jetzt. Und zwar hat Elli angekündigt, am 20.12., also morgen, die Tarife zu erhöhen. Und ich habe am Anfang des Videos gesagt, das müsste ja schnell sein. Also für alle die, die die alten Tarife noch wollen, gute Nachrichten, wenn ihr das heute noch abschließt, dann zählt ihr als Bestandskunden. Und Bestandskunden sollen anscheinend von der Preiserhöhung nicht betroffen sein. Also hoffentlich gilt das auch für mich. Wie gesagt, ich habe noch keine Mail bekommen, aber mal schauen, vielleicht kommt ja da noch was. Aber jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, wie sich die Tarife denn verändert haben. Und ja, wie schlimm denn das ist und ob Elli überhaupt noch attraktiv ist, sodass man da überhaupt noch einen Tarif abschließt. Also, was ich gemacht habe, ist, ihr könnt immer sehen, wir haben hier Elli. Ihr kennt ja diese Excel von mir. Da haben wir mal EnBW, Elli und Supercharge miteinander verglichen und haben immer gelb markiert, welches denn der günstigste Tarif für euch wäre, abhängig von der Fahrleistung, die ihr hier vorne immer sehen könnt. Und wenn wir uns jetzt mal die Unterschiede anschauen, dann können wir sehen, wenn wir mit dem Tarif ohne Grundgebühr anfangen. Da geht es von 0,55 für AC auf 0,6 hoch, DC von 76 auf 1,80, das ist natürlich schon heftig. Und Ionity ist jetzt billiger wie anderes DC und das hat man wie immer noch 79 Cent, das heißt, da hat sich nichts verändert. Gut, also für ganz wenig Fahrer ist der Tarif dann sowieso, sage ich mal, ja, nicht mehr wirklich interessant. Dann kann man lieber schon auf den EnBW ohne Grundgebühr gehen. Wenn wir dann die Kleinladentarife anschauen, da hat sich die Grundgebühr erhöht von 5,99 auf 7,99. Und bei den Preisen AC von 39 geht es auf 50 hoch, bei DC von 49 auf 64. Und Ionity bleibt wieder gleich mit 79 Cent. Jetzt kommen wir aber zum größten Tarif. Das ist meiner Sicht sowieso der wichtigste Tarif. Und jetzt gucken wir uns mal an, was sich da verändert hat. Und zwar, es geht hier bei AC hoch von 7,30 auf 45. Ja, ist immer noch okay, würde ich sagen. Für DC geht es hoch von 47 auf 58. Das ist dann schon wieder höher. Also da sieht man schon, da kippt es dann schon wieder eher zugunsten von EnBW. Also ich glaube, für EnBW ist die Nachricht, was Elli hier macht, gar nicht so unschön, sage ich mal. Weil dadurch, sagen wir mal, sind die Preise von EnBW auch wieder mehr relativiert. Aber das Wichtigste ist, der Ionity-Preis von 35 Cent bleibt. Wichtig aber zu bemerken ist, die Grundgebühr steigt von 12,99 auf 14,99. Also hier haben wir zwei Euro mehr. Aber halt aus meiner Sicht ganz wichtig, dass diese Ionity-Preise von 35 Cent bleiben. Und deswegen würde ich sagen, ist der Tarif immer noch interessant. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was es dann bedeutet. Wir können einfach mal jetzt hier einen Fahrer nehmen, der 2000 Kilometer im Jahr fährt. Dann können wir sehen, dass sich für AC beim günstigsten Tarif von 220 auf 240 hoch, von 304 auf 324 und von 316, ja, bleibt es dann gleich. Also kann man sagen, so 20 Euro mehr im Monat bei diesem kostenlosen Tarif. Bei dem Tarif mit 7,99 jetzt bald sind wir dann bei 40 Euro mehr, kann man sagen, hier im Monat. Hier sind sogar 60 Euro mehr, was es kostet. Also das sind schon heftige Preiserhöhungen im Monat. Und bei dem großen Tarif kann man dann sagen, wenn wir dann bei 2000 schauen, ja, da geht es hier natürlich um 35 Euro hoch bei AC, um 46 Euro hoch bei DC und bei Ionity. Ja, wird es nur 2 Euro teurer, weil im Endeffekt nur die Grundgebühr teurer wird und der Rest nicht. Also wenn ihr den Tarif haben wollt, wie gesagt, dann geht auf die Seite, schließt es heute noch ab. Am 19. könnt ihr das machen, dann seid ihr Bestandskunden und behaltet die Preise. Wenn die jedoch die Preise dann doch irgendwann mal erhöhen sollten, auch für Bestandskunden, dann habt ihr natürlich Sonderkündigungsrecht. Aus meiner Sicht ist, wie gesagt, dieser Tarif für 14,99 für jemand, der viel fährt, immer noch absolut attraktiv und ich würde ihn mir wiederholen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie lange meine aktuellen Preise noch gelten oder ob sie mich dann eventuell auch irgendwann mal hochstufen. Also, ich hoffe, es war interessant für euch. Wie gesagt, wenn ihr es wollt, holt es euch und dann hören wir uns in den nächsten Videos wieder. In dem Fall, macht es gut, bleibt gesund. Euer Steffen von Retro and Future. Ciao. Ciao.